Dieses Screencast zeigt die Wege, die man gehen kann, um herauszufinden, zu welchen Benutzergruppen man eigentlich dazu gehört. Zum einen, ich klicke auf System, Administration, klicke auf Benutzer und Gruppen oder führe Kommando System-Config-Users aus. Ich gebe das Admin-Passwort ein, markiere meinen Benutzer, klicke auf Eigenschaften und anschließend auf den Reiter Gruppen. Die Gruppen, die mit einem Häkchen markiert sind, zu den Gruppen gehöre ich dazu. Oder ich benutze ein Terminal, klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, klicke auf Terminal und gebe ein Gruppes Enter. Ganz simpel. Oder Idee, Leerzeichen, Minus N, Groß G, Enter. Möchte ich Auskunft über einen bestimmten, ganz anderen Benutzer vielleicht, gebe ich nach den beiden Kommandos, die ich hier schon gerade gezeigt habe, ein Leerzeichen ein und danach den Benutzer. Und danach drücke ich das Enter. Und dann drücke ich das Enter.